Vielen Dank für die Einführung. Herr Biedermann, meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute geht es also um dieses trockene Thema die Rente und Sie wissen vielleicht auch warum. Die Medien fordern schon seit langem und auch die anderen politischen Parteien werfen uns immer vor, wir haben doch gar kein Rentenkonzept und die AfD hat ja nur diese ein oder zwei Themen, aber zum Beispiel zur Rente kann sie gar nichts sagen. Also haben wir uns natürlich alle an die Arbeit gemacht, um doch mal was zur Rente zu sagen und Sie haben es vielleicht schon gesehen, es gibt in der AfD mittlerweile mindestens 13 ausgearbeitete Rentenkonzepte und zwar alle sind sie fundiert, alle sind sie in sich sinnvoll, ganz anders als zum Beispiel bei den Roten und Grünen, die natürlich auch vorausgesehen haben, dass die Rente ein Problem bekommen hat, aber als Antwort 2008 nur auf die Idee gekommen sind, ein Flaschenpfand einzuführen. Ja, also die Rente, wir haben wie gesagt viele Konzepte, ich will sie nicht alle vorstellen, das wäre nicht machbar, sondern ich will stattdessen drei vorstellen. Und zwar zunächst mal fange ich an mit den tatsächlichen oder vermeintlichen Problemen, die die Rente mit sich bringt, worunter wir leiden. Dann denke ich, machen wir eine kleine Fragerunde, weil das sind natürlich auch zum Teil nicht ganz leicht zu verstehende Themen. Und anschließend stelle ich Ihnen die drei Rentenkonzepte vor, die es bis in den Bundesfachausschuss geschafft haben, nämlich das von Professor Meuthen, dann das Alternativkonzept des Bundesfachausschusses und zum Schluss das Thüringer Rentenkonzept. Ja, ich beginne dann, oder ich frage Sie mal, was glauben Sie denn, sind die größten Probleme, die wir in der Rente haben? Wo drückt es am meisten? Sie haben sicher ein bisschen was darüber gelesen, darüber gehört. Man kann nicht davon leben. Man kann nicht davon leben. Guter Punkt. Sie wird besteuert. Wird besteuert. Zu wenig zahlen ein. Zu wenig, ja, sehr gut der Punkt. Zu wenig zahlen ein. Falsche Finanzierung. Falsche Finanzierung. Und ein Punkt, der meistens als erster genannt wird, zeigt dieses Bild. Da sagt der Papa zu seinem Sohn, wenn du groß bist, dann musst du da hinten das große volle Boot ziehen. Das sind also die vielen Rentner, die von den wenigen Arbeiten ernährt werden sollen. Und das ist dieses Schreckensbild, was eigentlich überall an die Wand geworfen wird und was letztlich 2000 oder mit der Schröder-Grünen-Regierung zur sogenannten Rentenreform geführt hat. Man ist damals runter von der Lebensstandardsicherung und hat gesagt, wir müssen sie senken, weil es eben so wenige Kinder gibt, die die Alten später ernähren können. Und stattdessen führen wir Riester und Rürup ein. Das war damals das Konzept. Und Riester und Rürup sollten die sogenannte Rentenlücke schließen. Das hat aber nicht funktioniert. Und dieses Bild ist massiv gepusht worden von der Finanz, insbesondere der Versicherungsindustrie, die das nämlich ganz toll fanden, dass sich jetzt alle Privatrenten versichern sollten. Es ist auch nicht, also es ist ein bisschen was dran, aber längst nicht so viel, wie immer gesagt wird. Also, die jährliche Produktivitätssteigerung von 1%, die man im Schnitt etwa erwarten kann, bewirkt, dass sich nach 30 Jahren eine reale Einkommenssteigerung von 35% ergibt. Und auch nach Abzug der Rentenbeiträge bleiben es netto immer noch 35% Steigerung. Das heißt, selbst wenn der Rentenbeitrag massiv steigen sollte, zum Beispiel auf 15%, was aus heutiger Sicht völlig undenkbar ist, die Firmen müssten ja auch so viel zahlen, verbleiben real immer noch mehr im Portemonnaie, nämlich 20% mehr als vorher. Man kann sich 20% mehr Urlaub, mehr Essen, mehr Wohnen leisten, trotz der höheren Rentenbeiträge. Sie werden nicht kommen, jedenfalls nicht so hoch. Dieses Argument ist also nicht wirklich richtig. Natürlich hilft es nichts, wenn man wenig Junge, viele Alte hat, aber viel entscheidender ist die Anzahl der Arbeitenden und die Anzahl derer, die sie ernähren müssen. Und da gehören zu den Rentnern auch die Studenten, die Kinder, die Arbeitslosen, die Hartz-IV-Bezieher, die Sozialgeldempfänger und davon haben wir ziemlich viele. Das heißt, wenn man etwas tun will für die Renten, muss man die Beschäftigung hochfahren und zwar sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und man muss die Produktivität hochfahren, denn die Produktivität ist das, was für real mehr Geld im Portemonnaie sucht. So, das zweite Vorurteil, die Kosten der staatlichen Rente sind viel zu hoch. Es wird ja auch immer gesagt, das können wir gar nicht mehr finanzieren. Wir müssen viel zu viel Sozialabgaben bezahlen. Deswegen habe ich Ihnen hier einen Vergleich mitgebracht, wo die Rentenbeiträge einzelner westeuropäischer Länder aufgeführt sind. Ich habe jetzt, damit man es leichter sehen kann, Deutschland mal dick gemacht, fett gedruckt hier, 18,6% Rentenbeiträge zahlen wir bei uns. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. Wenn ich das vergleiche mit der Schweiz, da sind es 28,1%. Und alle anderen Länder, Österreich 24,3%, Italien 33,0%, alle anderen Länder zahlen deutlich höhere Rentenbeiträge als wir. Und man kann es auch sich anschauen, wenn man sich die Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt, also an der gesamten Wertschöpfung Deutschlands misst oder der anderen Länder, dann können Sie sehen, dass wir nur knapp 12% dieses Bruttoinlandsproduktes für die Rente ausgeben. Alle anderen Länder geben deutlich mehr aus. Am meisten Italien und die Schweiz mit 16,5%. Das heißt, in diesem reichen Land bekommen wir mit die niedrigsten Renten. Nämlich, wer nicht viel ausgibt, kann auch nicht viel zahlen. Deswegen ist diese Karikatur auch ganz treffend, wenn sich jemand meldet, um den Rentenbescheid zu bekommen, heißt es dann oft, gehen Sie doch bitte gleich weiter zum Sozialamt, lassen Sie mal gucken, ob Sie nicht Grundsicherung beziehen können. Also, das nächste Vorurteil. Die Renten sind zu niedrig, es droht Altersarmut. Und das sind die Zahlen dazu. Bei uns gibt es im Schnitt 876 Euro im Monat, wenn man in Rente geht. Jetzt schauen Sie sich die Zahlen in den anderen Ländern an. Zum Beispiel die Franzosen, die gerade auf der Straße protestieren gegen ihre schlechten Lebensbedingungen. Die bekommen 1461 Euro, also deutlich mehr. Von Schweizern will ich gar nicht reden, die gehen sowieso in Alt besser. Aber nehmen Sie die Österreicher, die ungefähr vergleichbar sind mit uns. 1572 Euro. Man kann das auch messen in der Ersatzrate, also was man bekommt vom letzten Einkommen. Das sind bei uns mal gerade 50 Prozent. Und wenn schon das Einkommen nicht hoch war, ist die Rente natürlich nicht mehr ausreichend. Sie können sich anschauen, in Holland bekommt man sogar ein bisschen mehr als vorher im Beruf. Das heißt, die können vernünftig weiterleben. Bei allen anderen finden Sie, dass die näher dran sind am letzten Gehalt als wir. Und in Folge ist bei uns auch das Armutsrisiko am höchsten. In unserem reichen Land haben wir das größte Armutsrisiko, nämlich von 17,6 Prozent. Und da sind die Pensionäre, also unter den Alten oder über den 65-Jährigen, und da sind die Pensionäre schon mit eingerechnet. Wenn man die rausrechnet, ist das Armutsrisiko sogar 19,5 Prozent. Das heißt, fast jeder fünfte Rentner lebt in Armut. Das ist bei uns die reale Situation. Also dieses Vorteil stimmt. Unsere Renten sind viel zu niedrig. Dann gibt es eine Gerechtigkeitslücke zwischen Rentnern, die viele Jahre gearbeitet haben, und anderen, die wenig oder nie gearbeitet haben. Nämlich die Durchschnittsrente, jetzt netto, nach Zahlung der Sozialbeiträge, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung, die beträgt gerade mal 750 Euro. Das ist die Standardrente, netto, wenn Sie 45 Jahre zum Durchschnittslohn gearbeitet haben. 1260 Euro. Und das ist die Rente nach 45 Jahren, wenn Sie all die Jahre zum Mindestlohn gearbeitet haben. Gerade mal 585 Euro. So, und wie verhält sich das mit der Grundsicherung im Alter? Die liegt dann, also der Grundbedarf sind 424 Euro für einen Single-Haushalt. Und dann werden noch die Wohnungskosten dazu, oder übernommen. Also ich habe hier mal 400 Euro angenommen, können auch 300 sein, können auch 450 sein. Das heißt, jemand, der nie gearbeitet hat, hat mit 65 oder 67, Tipps später, Anspruch auf Grundsicherung im Alter. Und Sie sehen, die liegt netto schon fast höher als die Durchschnittsrente, muss man sagen. Sie liegt auf jeden Fall höher als bei jemandem, der zum Mindestlohn gearbeitet hat. Es macht überhaupt keinen Sinn, für diese Menschen zu arbeiten. Das ist ja fast eine Strafe. Dann kommt noch etwas hinzu, was wenigen bekannt ist. Die Geringverdiener, die diese schlechten Renten bekommen, können ihre eingesparten Renten nicht einmal vollständig ausgeben. Haben Sie eine Vorstellung, warum? Sie leben einfach nicht lang genug. Die Renten sind auf eine einheitliche Bezugsdauer ausgelegt. Ich habe jetzt, also hier eine, das sind jetzt etwas ältere Daten. Heute ist die Bezugsdauer schon länger. Geringverdienende Männer von 2008 lebten damals noch 14,5 nach Eintritt in die Rente. Die gutverdienenden Männer lebten 20 Jahre. Das heißt, tatsächlich findet eine Umverteilung von den Geringverdienenden und deren Renten zu den Gutverdienenden und deren Renten statt. Deswegen muss man aus meiner Sicht unbedingt etwas für die Geringverdiener-Renten tun. So, und dieses Bild soll den Generationenvertrag darstellen. Es ist eine Verabredung, dass anfangs die Alten oder Älteren die Jungen aufziehen, ihnen Geld geben, ihre Ausbildung ermöglichen. Und wenn die Jungen dann mal so weit sind, dass sie selber Geld verdienen, geben sie ein bisschen was zurück an die Alten. Das ist der sogenannte Generationenvertrag. Und das heißt so, weil man dafür Generationen braucht. Das heißt, er funktioniert nur mit Kindern und Kinder setzen Eltern voraus. Das heißt, nur wegen der Eltern funktioniert die umlagefinanzierte Rente, wie auch jedes andere Umverteilungssystem, wie die Krankenkassen, wie die Arbeitslosenversicherung. Es funktioniert nur, wenn Kinder da sind. Das gilt für alles und es gilt selbst für eine kapitalgedeckte Rente, weil es müssen ja Kinder da sein, die sie irgendwann mal als Erwachsene verdienen. Das heißt, ohne Kinder geht gar nichts, aber Eltern müssen sehr viel dafür zahlen. Sie kriegen natürlich Kindergeld, das kriegen alle Eltern, auch die, die überhaupt nicht arbeiten. Schulen werden auch finanziert, aber die Eltern, die arbeiten und deren Kinder dann die Fortsetzung der Rente ermöglichen, werden nicht angemessen entschädigt. Ich zitiere hier zwei Verfassungsrichter, ehemalige. Paul Kirchhoff, der sagt, solange sich die Kinderlosen überhaupt nicht am finanziellen Kindesunterhalt beteiligen, gebührt die im Rahmen des Generationenvertrags erbrachte Alterssicherung ausschließlich den Eltern. Die übrige Bevölkerung müsste für ihr Alter durch sonstige Vorkehrungen zum Beispiel eine Lebensversicherung vorsorgen. Oder Roman Herzog, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts und auch ehemaliger Bundespräsident, der sagt, es kann nicht sein, dass ein Ehepaar, bei dem nur der eine ein Leben lang ein Gehalt oder einen Lohn einstickt, Kinder aufzieht und am Ende nur eine Rente bekommt. Auf der anderen Seite verdienen zwei Ehepartner zwei Renten und die Kinder des Paares, das nur eine Rente bekommt, und verdienen diese beiden Renten mit. Das ist ein glatter Verfassungsbruch. Also so viel von juristischer Seite dazu. Und tatsächlich, Eltern haben es schwer, sie müssen die Kinder erziehen, ihnen fehlen Arbeitszeiten und zum Ende bekommen sie auch noch weniger Rente, weil sie weniger Rentenpunkte haben. Eltern werden, wenn sie so wollen, dreimal abgestraft dafür, dass sie Kinder aufziehen. Man muss etwas tun und das gilt auch natürlich für Frauen, die in Anführungszeichen nie gearbeitet haben, nur Kinder großgezogen, Enkel großgezogen, sich um Obdachlause, Arme gekümmert und schließlich den alten Vater gepflegt haben. Die haben miserable Renten und es ist bekannt, dass die Renten, also sie kriegen ja im Grunde nur die Kinderrente, die Mütterrente, dass die natürlich bei Weitem nicht ausreichen und wenn es nicht einen Ehepartner gibt, der auch eine Rente mitbringt, sind das die Armen im Alter. Natürlich sind Mütterrenten gut, aber für die werden keine Beiträge gezahlt. Und deswegen müssen sie aus dem Steuersäckel finanziert werden, denn es geht ja nicht, dass man den Beitragszahler einfach von einem Müttern müssten was bekommen, seine Rentenersparnisse wegnehmt und jemand anderes gibt. Es müsste also aus dem Steuersäckel bezahlt werden, denn nur die Altersrente und die Berufs- und Fähigkeitsrente, das sind die sogenannten Versichertenrenten, nur diese beiden sind durch die Beiträge der Versicherten gedeckt. Nicht abgedeckt sind, kriegsvoll gelassen, hinterbliebenen Renten, Belastung durch die Wiedervereinigung, auch die Mütterrente. Es gibt noch eine Reihe anderer Dinge, die nicht abgedeckt sind. Man spricht hier von versicherungsfremden Leistungen. Die werden prinzipiell durch Steuersäckel finanziert, aber eben nicht immer. Zum Beispiel das Wahlgeschenk Mütterrente, die ist verlängert worden vor einigen Jahren von 12 auf 24 Monate. Das Ganze kostet 6,7 Milliarden, aber statt den Steuersack zu öffnen, ist das wieder auf die Rentenkasse geschlagen worden. Es fehlt also den anderen Rentenern. Das ist eine Erklärung dafür, dass die Altersrenten zu niedrig sind.